Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt habe ich doch noch den Chef der LMG Graswil getroffen. Es war ein bisschen schwierig, er ist immer unterwegs in seiner grossen Ausstellung. Lieber Walter, erzähl mir mal, was über deine Ausstellung ist. ... die wir zum Teil ausgerüstet haben für Kunden. Die stehen an Maschinen verteilt, von Heumaschinen über Bodenbearbeitung. Alles haben wir auf unserem Gelände ausgestellt. Ja, wunderbar, danke. Also, das ist dein Schlepper, 516 Mario. Mit diesem Schlepper sind wir gestern Prober gefahren. Mit der Spurführung, mit dem Grupper Horsch. Ah, den müssen wir schnell anschauen, den Grupper. Ja, Walter, und dieser 724? Der ist vom GVS Schaffhausen zur Verfügung gestellt. Für die Ausstellung und zum Testen. Aha, und ich sehe da hinten eine Horsch, was ist das, Säkombination? Jawohl. Kommt die auch? Die kommt auch vom GVS. Ah, ah. Also, Kriegel, hier sind wir jetzt bei den Ocasio Traktoren. Erzähl mir mal, was über euren Park Ocasio Traktoren ist. Also, hier seht ihr unsere gebrauchten Fendt Traktoren. Ja. Es sind 20 Fendt an der Zahl. Ja. Und 13 Fendt Traktoren. Ja. Die Fendt Traktoren haben wir die meisten überholt. Ja. Und auf den überholten. Gibt es auch beim Verkauf eine Garantie. Ja. Äh, wir haben, äh, circa vier, ja, für die letzten vier Monate daran gearbeitet, diese Palette in Stand zu stellen. Ja. Ja, aber das Resultat sieht nicht schlecht aus. Ja, wir wollen da mal schauen. YouTube-Freunde, da habe ich doch den 15er meines Nachbarn entdeckt. Der glänzt da. Und, äh, wie ich bei meinem Nachbarn gesehen habe, steht da jetzt ein 4-15er vor dem Haus. Jawohl. Gekauft ist er auch schon. Und ihr? Ein schöner 3-6er. Ja. Ja. Der 3-6er-Schlepper wurde eingetauscht. Ja. Der Kunde hat ein 2-11er Vario gekauft. Als Pflegetraktor. Ja. Wir haben an diesem 3-6er Farmer den 1000-Stunden-Service ausgeführt. Ja. ihn bereitgestellt für die MFK. Ja. Geprüft. Das ist ein Zweirad-Schlepper, ja? Jawohl. Mhm. Ja, und hier, der 3-7er, erzähl mir mal was zu dem. Ja, dieser Schlepper ist an Platz zu verkaufen. Ist im Moment noch nicht in Stand gestellt. Ja. Aber je nach Kunde, wenn er das wünscht, würden wir diesen natürlich selbstverständlich auch noch in Stand stellen. Jawohl. Danke. Und hier sind noch weitere Okkasionen, sogenannte Brennmarken. 행 W Film vonψer ist ein Schluch Arbeitsygi. número Zwar gross. Ja,��. De dem appelle ist dringst mittal. Ja, ganz sneakersjugend. In Stand под parole WOODRUFF